Wir haben die Chinesen gerne hinzu, in der Kilo See und Helm lagiert, schafft er aber nicht. Ein Tag, ein Rennen zum Vergessen, wir sehen mal, wie es dazu kam. Man hangt sich ein, unter Branding reißt sich die hintere Aufhängung ab. Damit parkt er sein Auto relativ integrierter auf die Strecke Innenseite. Da kann nicht so viel passieren, immer noch Windemittel in dem Bereich. Das ist der nächste Dreher und das war ein harter Einschlag. Das ist der nächste Dreher und das ist der nächste Dreher.